Stahlkeihe, Villa Böscher. Malte euch, scheiß nach Rund. Starte nach Rund. Rund, 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 Rund. Nein, 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 nein. Die Fahrzeuge gestartet. Holger Gock, der Neulussheimer, der Reha von Oggenheim zu Hause. Okay, tack. Wieder die Kämpfer auf dem dritten Platz und Michael Straub auf Rang 4. Klaus, Nebel auf dem fünften. Das ist ganz schlimm, das ist richtig schlimm. Das ist richtig schlimm. Und Bärmstippe. Mit Zeilen. Okay, der Eberkopf kommt dem Staub gerade noch so im Drift durch. Ist zurzeit auch etwas in Position. 1,5 Sekunden zurückgestanden hat. Kein viel Fäßern. Jetzt würde ich weg, der Rund, Marmeister. Klaus, Stuppe. Der aus Räte kommt bei Bocholt. Dann Fast and Speed. Und Klaus Klebel wird langsam. Michael Straub wird 3. Peter, wieder Dieselkämpfer auf Rang 4.